Hallo liebe Barnets, ich wünsche dir Schnellvertretung für die ganzen Mannschaft alles Gute zu deinem 2.0 Bundesligaspiel. Du hast jetzt eine mega Zahl in der Wahl. Ich bin auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga aktiv, zweimal Spiele habe ich noch nicht. Also schon groß. Dein Ziel muss sein, dass die Spielerinnen in der Bundesliga zu werden. Du weißt, jung und alt aus unserem Team zusammenzubringen und alle glücklich zu stimmen. Und bist außerdem eine sichere Bank für uns. Du befasst mit ihrem Treffer gegen den X-Verein. Wenn meine Spieler durch das Mittelfeld durchrennt und auf die Abwehr zusteuert, dann denke ich mir nur, ach, mach das schon. Also du bist eine riesen Hilfe für uns in der Abwehr. Ich kriege die Ball back zu meinen Feen. Und ich kicke es. Manchmal ich kicke es gut und manchmal kicke es gut. Manchmal ich kicke es gut. Either way, Marit ist sehr positiv. Und sie ist immer wieder auf mich zu tun. Für mich, Marit ist die Anker der Team. Weil sie so calm und ständig auf dem Feld ist. Und das ist auch ihre Persönlichkeit auf dem Feld. Ich habe mich noch so überrascht, wenn einer von ihren Flugfeld mit links ankommt, wie ich. Also ich weiß nicht, wer mehr überrascht ist. Ich will mal, aber das ist jetzt. Du spielst mir einfach viel zu wenig auf den Diominalen, weil das Konstantin sein wird. Ich mache das mit meiner Wasserträgerin. Ich sage immer, dass ich mich trinke, weil ich mich trinke. Und wenn ich vom Schmierkügel getrunken habe, geht es so darum, dass man auch auf die Sonne hat. Dann ist so ein langer Erfolg. Ja, ich denke, man kann immer zum Arten kommen. Ich glaube, der immer auf das Ohr verheben. Und setzt sich auch gut, wie man dann halt von den Beispielen der Lauer gesehen hat. Da fehlt ein Mitspieler ein. Vielleicht auch bei uns ein oder anderen Augen zu. Das ist ja auch ab und zu ganz wichtig. Dass man nicht alles so mega, mega streng sieht. Ich glaube, als du mich am Anfang als Überpartnern hast, warst du schon nicht so begeistert. Weil du natürlich nicht so dermaßen versetzt. Aber ich hoffe mal, das hat sich mittlerweile geändert. Ich mag es klar, wenn du zurück zu sein, ist immer witzig. Du bist ein bisschen wie meine Mama. Ich dachte, das weißt du auch. Und das ist auch gut so. Liebe Marlitz, ich glaube, du bist eine sehr inspirierende Spielerin, die ein Vorbild für viele junge Spielerinnen ist. Wenn man deine Karriere betrachtet, dann fällt einem auf, dass du sehr früh dich gegen ältere Spielerinnen und erfahrene Spielerinnen vor allem durchsetzen konntest. Und das spürt man auch bei uns in der Mannschaft, dass du da vorweg gehst und viele junge Spielerinnen auch mitziehen kannst. Und da bin ich sehr froh, dich als Teamkollegin zu haben. Die Antwort. Priesen nach Freistoß vor Freigang. Und da ist der Ausgleich. Und Marlitz, bereit für eine Art? Ich will jetzt erstmal gewinnen und muss mich konzentrieren. Okay. Also wenn Marlitz nicht was passt auf dem Platz bezüglich des Schiedsrichters, dann macht Marlitz immer folgendes. Ey Schiri! Da gab es allerdings dann auch den Elber, den Pfiff. Und ich sage jetzt das Stichwort Tanzbäuse. Und dann müssen wir wissen, was ich meine. Und natürlich als deine wichtigste Aufgabe ist natürlich die Abschlussfahrt zu planen. Das machst du super. Du bist mit richtig viel Elan dabei. Und dafür danke ich dir sehr. Und das ist natürlich das Wichtigste, was du diese Saison auch geleistet hast. Also danke dafür. Ich liebe auch einfach deinen Humor. Ich liebe das ja ganz Besonderes, wenn das so trocken ist. Und dann werden auch so richtig lustig. Und ja auf jeden Fall kann man mit dir auch sehr viel Spaß machen. Topspiele der Allianz Frauen Bundesliga live bei Magenta Sport.